Jürgen Wiesenbesucher, wir dürfen euch wieder einmal recht herzlich begrüßen im Schützenzelt und wünschen euch heute einen schönen Aufenthalt auf der Wiesen und natürlich beste Stimmung im Schützenzelt. So, wie geht es denn? Und jetzt nimmt jeder seinen Basskrug zur Hand, aber wirklich jeder. Und jetzt probieren wir das schönste Wiesenkursen, was es überhaupt gibt. Haben wir den Basskrug auf die Ferne und Hirten auf den Quark und in den Buxen. So, und jetzt geht es los. Die Grüge! 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 Musik Musik